Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Max Payne 3. Wir waren hier letztens stehen geblieben, um unserem kleinen Reiseführer dazu folgen, obwohl ich den Verdächtige uns... Obwohl ich den Verdächtige, dass der uns ins Licht... Hinters Licht führt. Genau, ins Licht. Könnte auch so sein, vielleicht würde er uns hier umbringen. Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Pistole... ...unter seinem Hemd. Ja, genau. Gut. Ich spiele jetzt schon seit gut 1-2 Stunden durch. Ich weiß gar nicht, seit dem... ...seit dem... ...Doc, seit diesem Doc, wo wir waren, wo wir Fabiana vermutet haben, spiele ich schon, aber ich habe so einen Bock auf dieses Spiel heute. Deswegen mache ich eine große Aufnahmesession heute. Und für euch ist es ja auch gut, weil dann kommen wieder regelmäßiger Folgen. Weil ich ja mehr zum Hochladen habe. Außerdem habe ich heute Zeit und das sollte ich doch nutzen. Okay, wir wollen dann mal weitermachen. Da unten steht doch noch jemand. Oh, das habe ich auch mal in einem Trailer gehört. Das ist... ...diese... Ach, vergesst es, ich sage einfach nichts mehr. Servus. Ruhig, Blut, kleiner. Vielleicht gibt es hier goldene Waffen. Natürlich in seinem Armviertel hängen überall Waffen rum. Goldene Waffen rum, meine ich. Oh Gott, wo sind wir denn da reingeraten? Das gibt es doch nicht. Ich habe sie erlebt. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe ein paar Worte. Ich wollte doch nur Party machen, was wollt ihr denn? Ja, ich bin Americano. Warum rehrt der mit mir in der Sprache, die ich nicht verstehe? Die sind echt... Das sind solche Macker, die sich nur aufspielen. Willkommen in der Favela, Nova Esperanz. Oh man, das ist ein... Okay. Au. Er ist ein Bastard. Naja, manche haben sie einfach drauf, Max. Irgendwie jemand quatscht da. Die da oben. Irgendwie ist ihnen hier keine goldene Waffe oder so. Wenn es eine Sache war, die ich hier gelernt habe, war es, dass die Brazilians aus der Wurde kippen einen Ball. Und für Kinder wie diese, war es eine legale Chance, dass es hier rauskommt. Ja. Hi. Wie geht's? Ich bin kein gruseliger Amerikaner, der euch anstarrt. Nein. Das stört die wohl kaum. Habe ich die Brille noch auf? Seh ich nicht. Nein, habe ich nicht. Schade. Die war schick. Irgendwie. Oh. Wo sind die Kinder hin? Wo ist überhaupt... ...Pessos? Passos. Ach, die... Da spricht keiner was. Ich brauche ein Telefon. ...Bora. Publico. Wir sind nicht ein Centrum für Touristische Information. Sie werden mir nicht helfen. Und wer könnte sie schuldigen? Ich war ein schulder Amerikaner in einem Ort, wo schulder Amerikaner weniger populär sind als der Klapp. Wenn ich meinen Weg aus dieser Müll finden würde, wäre ich selbst. Ja. Menschenrechte oder so. Die gibt's hier nicht. Komm, noch mehr Gangmitglieder bitte. Du wollen alle meinen Weg nicht kreuzen. Die Ironie war nicht verloren auf mich. Ich dachte, die Sobriete war kein Problem für mich. Hey, mein, pass auf die Basis. Hey, nicht auf die Basis. Pass auf die Basis. Hey, nicht auf die Basis. Hey, hast du gesehen? Was ist der Mann? Hey, auf die Basis. Hey, auf die Basis. Hey, 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 hey. What's up? Bleib doch da. Machen wir ein bisschen Party. Gangmitglieder überall. Und wir alleine als Max Payne. Aber das ist richtig geil gemacht, so durch die Gassen zu gehen und einmal eine ruhigere Passage, wo nicht da unten geballert wird. Das haben die richtig gut gemacht, die von Rockstar. Das kommt auch richtig gut rüber, dieses Feeling. Ja, ich bin beeindruckt. Ja, ist klar. In diese Teile verhören sich kaum mehr Amerikaner. In so tiefe Ghetto-Teile. Da fallen wir halt auf wie ein bunter Hund. Oha. Tolle Bar. Da würde ich auch gleich. Oha. Da würde ich gleich zu hinten gehen. Obwohl. I hoped this classy looking a status world would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Der Telephone. Telephone. Vai, la no fundo. Seid in front. He meint, der ist so nett. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum having just had every last cent robbed from you and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hä? Das ist doch dieser... Das ist dieser Polizist, oder? Das ist der Polizist, oder? Ja, der hat uns verfolgt, oder? Das ist der Polizist, oder? Ähm. Ja, er fällt ganz gut, ganz gut. Das ist doch dieser eine, der sich so aufgeregt hat, dass die Ufer den Typen erschossen haben. So kam es ihm aber nicht vor, so viele wie die hatten. Das ist ein Mann, der ich interessiere. Neves. Und er ist seine kleine Freundin hier. Milo Hegel. Sie arbeiten für dieses Vigilante-Gruppe, Rasha Preto. Ja, ich weiß ihn. Sie sind sehr populär mit dem Politiker, wie Victor Bronco. Sie sehen, viele Jahre vorhin, er hat ein paar Kilometer geöffnet. Rodrigo Bronco wollte sich entwickeln. Rodrigo Bronco? Ja, er hat ein paar sehr schlechte Dinge gemacht. Insofern, hast du diesen Mann gesehen? Vielleicht in der Stadion. Ich wusste, dass du in diesem Geschäft bist. Ich wollte das investigieren, aber ich habe eine Art, um ihn auf ein paar kleine Street-Kids zu retten. Sag mir, was ist da passiert? Nichts. Wir haben einfach ein paar Geld für diesen Mann für ein Ransom. in der Stadion. Wenn dieser Mann die Clowns uns geraten und sie alle schrauben. Apart from you and your boy Passos. Das ist richtig. Aber wir mussten unseren Weg raus raus. Die lassen dich gehen. Oha. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ach, Politiker kann man nicht trauen. Die sind in diesem Bereich auch. Aber ich weiß nicht, wie ich bin. Und du weißt, was wird passieren? Der Moment wird kommen, wenn ich diese Stadion zusammengelegt. Und in diesem Moment wird jemand kommen und eine Blatt in meine Hände legen. Genau. Entschuldigung. Ich glaube, du willst dieses Stück. Danke. Ich brauche es. Der Kerl mir gefällt. Passaut mich auf eine Branche, die du vorst zu schaust. Ich weiß nicht ob ich ein Typ, ich bin Korruption. Ich steh das verdammt, aber wenn ich an diese Hände gehe, würde ich in drei Minuten drei Minuten sein. Und mein letztes Problem ist das. Vielleicht auch du, Max. Du bist jetzt in der Dunkel. So sieht es. Wenn du die nächste Stunde überlebst, lass uns sprechen. Du hilfst mir. Und ich mache, was ich kann, um dir zu helfen. Guten Glück! Oh nein, das ist ja das gleiche wie mit diesen komischen Kerlen in der Bar, in der Rückblende von Max. Jetzt kommt gleich wieder eine Note und die schlägt er und dann erschießen wir ihn. Es wiederholt sich alles. Jetzt geht's los. Hast du etwas für mich? Für dich? Ich erzähle dir was ich habe. Ich habe eine Schlange. Und wenn jemand denkt, dass sie es von mir nehmen, wären sie falsch. Wer auf mich ballert. Oh ja, hinter das Sofa ist eine gute Deckung. Und wie da im Ärger Max Payne das einziges Talent ist, sich in Ärger zu begeben. Oh man. Wunderbar! 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 Da war doch... Na komm raus. Ach Gott. Stirb doch halt mal. Kommt jetzt in endlich viele. Das wäre ja nicht so toll. Ähm nein. Jaaaa! Oh geile Waffe. Geile Waffe. Geile Waffe. Okay, jetzt geht mal wieder los, Max. Schafft es wie immer, sich in Ärger zu bringen. Wie ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, aber es ist einfach erwähnenswert. Ah, da geht's... Oh ja. Natürlich, hier sind überall goldene Teile versteckt am Klo. Na komm, ein Schuss ins Knie. Ich zielt da ganz genau hin. Ja, genau. Ich bin der Penisschießer. Ah, Puder blutet. Was schreit denn da für eine Frau die ganze Zeit rum? Hm. Na komm raus, Kleiner. Will sie das nicht mit mir anlegen. Jawohl. Ist da noch eine Nutte? Naja, die wollen wir mal in Ruhe lassen. Die kann ja nichts dafür. Ah, jetzt kommen alle, oder? Den ganzen Weg, den wir da hergerannt sind, müssen wir jetzt wieder zurückrennen, oder? Ah, geil. Wer ist einfach immer schafft, sich in Ärger zu bringen, noch mal? Wer ist einfach immer schafft, sich in Ärger zu bringen, noch mal? Ach, Kacke. Okay, es geht mal wieder los. Der Ärger sucht nicht weh. Nee, die fliegen die Schweiße. Ähm, ja, der ist böse. Kann ich ja nicht unterscheiden, wer jetzt Zivilist ist und wer nicht. Die sind doch alle gleich hier. Ein und dieselben Menschen. Ah, um. Da war ich jetzt noch recht relativ, also relativ ruhig zu. Hier unten ist nichts. Nichts. Ich stehe auf nichts. Oh, jetzt kann es aber angehen. Oh, Mann. Ja, oh, geil. Deckung, die überhaupt nichts hält, was sie verspricht. Und ich bin eh gleich tot. Shit. Ich gehe da trotzdem nochmal runter. Irgendwo muss es doch Pankiller geben in diesem Nest. Na, Rutsche. Aber leider haben wir keine Zeit für Spars. Wir müssen hier weiter machen. Hier ist auch nichts. Nee. Und ich bin wirklich fast schon tot. Freut mich. Keine Pankiller. Oh, wohl. What the hell. Da geht's auch nicht weiter. Und von hinten hat mich jemand abgeballert. Alter, wie der sich wegduckt. Krass. War das jetzt ein Böser? Ich glaube so. Okay. Oh, Mann. Noch nicht aus der Deckung gehen. Max. Das gibt's doch nicht. Der hat schon... Der blutet wie ein Schwein und steht auch noch auf. Oh, da hinten fliegt ein Flugzeug. Ein Flugzeug. Der ist nix. Keine Pankiller oder ähnliches. Nein. Muss mich sehr... Oh, Gott. Oh, Gott. Was ist was? Ah, geil. Ich hab keine Munition mehr für die UC. Wow. Spack ab. Da geht's eh nicht durch. Dann muss ich da runter. Oh. Gut. Munition. Okay. Kacke. Ich bin hier total ungeschützt. Oh, Mann. Wer, wer, wer? Ich muss aufpassen. Ich greife hier auf ein Zahnfleisch. Oh, Mann. Ich spack hier auch ein bisschen ab. Ach, ich hätte so gerne eine Granate. Na gut, man kann nicht alles haben. Aber wenigstens Pankeler hätte ich gern. Wow. Spack ab. Oh, meine Fresse. Und ich habe für kaum eine Waffe noch genug Munition. Kacke, kacke, kacke. Oh, scheiße. Das musste ich so sein. Aber ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Jetzt werde ich wahrscheinlich ganz hinten starten. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Auf jeden Fall im Ärger. Hat der eine Schutzweste an. Gibt es das? Gibt es das? Na gut. Weiter geht es in diesem Höllenloch von einer Stadt. Oh, Mann. Okay. Weiter, weiter, weiter. Nicht stehen bleiben. Das ist hier... Oh, fuck. Ich glaube, ich fliege hier irgendwo weit runter. Na, gerade noch so. Ah, die kann von überall kommen. Okay. Okay. Meine Waffe hat eh bald keine Munition mehr. Die werde ich dann bald für was anderes eintauschen. Irgendwas Schickes. Na komm, hier ist doch was. Das kann es doch nicht sein. So kleine Ecken und dann gibt es hier nichts. Na ja, da waren noch welche. Na ja, gut, aber den Rest von hier werden wir jetzt im nächsten Part begehen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer ReShadow77. Das war's. Bis dann. Ich bin euer ReShadow77. So kleine Ecken. Ich bin ich für mich. Ich bin euer ReShadow77. Und ich bin ich mirer, weil ich bin ich sicher, Vielen Dank.